Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinder bedürfnisorientiert begleiten. Mein Name ist Ada Jungbluth, ich bin Pädagogin und angehende Kinderpsychologin. In diesem Podcast teile ich mit dir mein Wissen über Kinder, über Umgang mit Kindern, über bedürfnisorientierte Begleitung des Kindes im Alltag und verhelfe dir somit zu einem glücklichen und erfüllten Leben mit deinen Kindern. Ich freue mich sehr, dass du den Weg zu diesem Podcast gefunden hast. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu der nächsten Podcast Episode. Und diese Episode ist ganz besonders, denn ich möchte heute über das Thema Trauer sprechen. Kinder trauern anders. Aus diesem Grund ist es ganz, ganz wichtig über dieses Thema zu sprechen, damit wir bestimmte Reaktionen, bestimmte Verhaltensweisen in ganz schwierigen Situationen unseres Lebens, wenn nahe Menschen gehen, auch verstehen können. Kinder erleben den Verlust eines nahestehenden Menschen oft ganz anders als wir Erwachsene. Je nach Altersstufe gehen sie unterschiedlich mit dem Verlust um. Ihre Reaktionen verunsichern oder irritieren uns manchmal, da manchmal so Eindruck entsteht, dass die Kinder überhaupt nicht trauern würden. Und hier muss man wissen, dass das eben nicht so ist. Denn Kinder trauern anders. Und es ist sehr wichtig, sie in ihrer Trauer so anzunehmen, ihnen beizustehen und ihnen auch helfen. Folgende Punkte in Verhaltensweisen sind sehr häufig bei Kindern zu beobachten. Und zwar ganz plötzlicher Wechsel von Traurigkeit zu Spiel und Spaß, Schlafstörungen, Albträume, Rückgang von Schulleistungen, bei manchen Kindern auch Gereizheit und Launenhaftigkeit, starke Trennungsängste, Rückkehr von bereits abgelegten Verhaltensweisen, zum Beispiel Daumenlutschen oder Bettnässen, große Angst um die noch lebenden Angehörigen, Übernahme der Aufgaben des Verstorbenen, Vorwürfe gegen sie schon andere und oft auch Schuldgefühle. Jüngere Kinder sind meist nicht in der Lage, um die ganze Komplexität des Todes zu verstehen, denn sie ihre eigene Vorstellungen vom Tod haben. Für manche ist Tod sein nur ein langer Schlaf, von dem man ja irgendwann wieder wach wird, oder es ist nur eine lange Reise, von der man wieder zurückkommen wird. Dies führt dazu, dass die Kinder häufig den Verstorbenen suchen oder der Meinung sind, er müsse doch jetzt dann wieder aufwachen. Dies ist sehr wichtig zu wissen, da man gerade jüngeren Kindern sehr genau erklären sollte, was Tod sein bedeutet. Ältere Kinder haben meist schon ein besseres Verständnis über Tod und Vergänglichkeit. Häufig aber glauben sie, an dem Tod in irgendeiner Weise schuld zu sein. Oft fühlen sich die Kinder schuldig für die Sprüche, die sie zu Lebzeiten der verstorbenen Person so gelassen haben, wie zum Beispiel, ich will dich nie wieder sehen, oder ich liebe dich nicht mehr, oder ich finde dich blöd. Ja, nach dem Tod tut das ihnen sehr, sehr leid und sie fühlen sich sehr schuldig. Oft entwickeln die Kinder auch, vor allem wenn sie zu wenig Informationen erhalten, ganz eigene Fantasien über das Todesereignis oder den Tod selbst. Bei jüngeren Kindern beobachtet man häufiger, dass sie ihre Gefühle zurückhalten und auch nicht wissen, wie sie diese ausdrücken sollten. Was die Kinder wirklich brauchen, wie wir die Kinder in solchen Situationen unterstützen können. Unterstützen können, ihre Gefühle zu verarbeiten, ihre Gefühle auszudrücken. Und zwar, Kinder brauchen Informationen. Und das ist der allerwichtigste und bedeutendste Punkt. Kinder haben Recht zu erfahren, was geschehen ist. Kinder sollten kindgerecht und umfassend über die Umstände des Todes von uns Erwachsenen informiert werden. Auch bitte bei Suizid. Man sollte den Kindern in Ruhe und immer wieder erklären, was genau geschehen ist und was die nächsten Schritte sind. Es ist ganz wichtig, die Kinder, wenn sie das natürlich wünschen, bei den wichtigsten Dingen, die im Zusammenhang mit dem Verstorbenen oder mit dem Tod stehen, mit einzubeziehen. Vor allem zum Beispiel bei der Abschiedsnahme oder bei der Gestaltung der Trauerfeier. Eine Frage, die sich die Eltern oft stellen und die sie auch sehr verunsichert, ist die Frage, soll ich mein Kind mit zur Abschiedsnahme nehmen? Wie gesagt, hier reagieren viele Erwachsene sehr verunsichert. Soll ich meinem Kind das zumuten? Und oft hört man auch, Kinder sollten den Verstorbenen so in Erinnerung behalten, wie sie ihn zu Lebzeiten gekannt haben. Das ist allerdings nicht das, was Kinder brauchen. Die meisten Kinder wissen und spüren sehr genau, ob sie den Verstorbenen nochmal sehen möchten oder nicht. Deshalb ist es wichtig, sie ernst zu nehmen und ihren Wunsch zu respektieren. Wir sollten hier unseren Kindern, sobald sie schon verstehen können, wirklich fragen, ob sie dabei sein möchten. Und wenn sie dabei sein möchten, sollten wir das auch zulassen. Ganz wichtig ist, die Kinder darauf vorzubereiten, ihnen in Ruhe und kindgerecht zu erklären, was dort geschehen wird, ja, bei der Abschiedsnahme, wie es sich anfühlt, was man tun kann, was andere tun werden. Ebenso wichtig ist es, dass die Kinder jederzeit eine Fluchtmöglichkeit haben. Das heißt, die Aussegnungshalle jederzeit verlassen können. Hierfür sollte eine weitere Bezugsperson bereitstehen, damit das Kind dann draußen nicht alleine ist. Kinder müssen begreifen, und das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, dass der Mensch gestorben ist. Nur so können sie wirklich trauern. Anderenfalls kann man häufiger beobachten, dass vor allem jüngere Kinder noch längere Zeit den Verstorbenen suchen, glauben, er würde wiederkommen. Da sie der Meinung sind, im geschlossenen Sarg, der dann zu Grabe getragen wird, wäre ja eine ganz andere Person, da wäre jemand anders. Deshalb ist die Abschiedsnahme am offenen Sarg so wichtig, auch wenn es für alle Beteiligten sehr schmerzhaft und traurig ist. Bedenkt bitte, wenn ihr euch entscheidet, dass euer Kind den Verstorbenen nicht mehr sehen soll, dann kann man dies später nicht mehr rückgängig machen. Nehmt also genügend Zeit für euer Kind, sprecht mit dem Kind in Ruhe und erklärt ihm alles kindgerecht und hört dann auf den Wunsch des Kindes. Möchte das Kind dabei sein, dann lasst das Kind bei der Abschiedsnahme mit dabei sein. Genauso machen wir das ja auch die Erwachsenen. Jeder entscheidet für sich, ob er oder sie den Verstorbenen nochmals sehen möchte. Wie könnt ihr eure Kinder dabei unterstützen, nach der Abschiedsnahme diese Trauer zu leben, diese Trauer zu verarbeiten, Gefühle auszudrücken und so weiter? Das Allerwichtigste ist, vermittelt Ruhe und Zuverlässigkeit. Bewahrt auf jeden Fall und fördert die alltäglichen Rituale. Es ist für alle sehr schwierig, dennoch müssen die Rituale beibehalten werden, dass die Kinder sich noch an etwas haften können in so einer schwierigen Situation. Gebt euren Kindern die Möglichkeit, durch freies Spielen oder Malen der eigenen Trauer Ausdruck zu verleihen, aber bewertet das nicht. Außerdem gebt euren Kindern ganz viel Geduld, Liebe, Aufmerksamkeit und Verständnis. Bewahrt Erinnerungen und vermeidet, wie gesagt, unnötige Änderungen im Tagesablauf. Signalisiert eurem Kind, du kannst zu mir jederzeit kommen, weinen, erzählen und mit mir deine Gefühle teilen. Zeigt auch ruhig eure Trauergefühle vor dem Kind, denn dadurch lernen die Kinder auch ihre eigenen Gefühle offen zu zeigen. Sie lernen auch, dass Trauergefühle auch gezeigt werden können, auch mit anderen geteilt werden können. Und sie die Trauer nicht unterdrücken sollten. Oft ist es so, dass Kinder mit Außenstehenden leichter über die Gefühle, über eigene Gefühle reden können, als mit eigenen Eltern. Und da wäre es auch sinnvoll, eine Bezugsperson zu haben, die dem Kind nahesteht, mit der das Kind über seine Gefühle offen sprechen kann. Wenn die Kinder mitbekommen, dass jemand gestorben ist, sei es in der eigenen Familie oder bei Bekannten oder Verwandten, stellen Kinder sehr oft sehr viele Fragen. Kinder sind von Natur aus sehr neugierig und wollen natürlich erfahren, wie die Dinge im Leben funktionieren. So ist es auch das Thema Tod für Kinder in bestimmten Phasen sehr von Interesse. Leider, leider ist das Thema Tod in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Und erst recht, wenn es darum geht, mit Kindern darüber zu sprechen. Viele Erwachsene sind der Meinung, dass dies nichts für Kinder sei und dass man die Kinder davor bewahren sollte. Oft ist es so, dass wir als Erwachsene durch unser Verhalten und Verdrängen die Kinder daran hindern, einen natürlichen Umgang mit dem Thema Sterben und Tod zu entwickeln, zu erlernen und zu erfahren. In der Realität ist es aber so und man kann das auch nicht umgehen, dass fast jedes Kind schon während der Kindheit mit Tod und Trauer konfrontiert wird. Zum Beispiel die Großeltern versterben, ein Todesfall in der Nachbarschaft oder das geliebte Haustier stirbt. Uns muss es bewusst sein, Kinder machen ihre Erfahrungen in der Kindheit mit dem Thema Tod. Und da sollten wir sie eher aufklären, sie abholen und alle Fragen beantworten, anstatt dieses Thema immer noch zu ignorieren und zu tabuisieren. Natürlich sind wir als Eltern alle bemüht, unsere Kinder zu beschützen, sie nicht in Angst und Sorge aufwachen zu lassen und das ist alles richtig und wichtig, aber wir dürfen ihnen nicht etwas vorenthalten, mit dem sie auf jeden Fall konfrontiert werden, früher oder später. Mit Beginn unserer Geburt und eigentlich schon davor ist es unwiderruflich festgelegt, dass wir auch alle sterben, werden. Ein Gedanke, mit dem sich keiner wirklich so auseinandersetzen möchte und das ist in Ordnung, aber wir sollten auch nicht so tun, als wären wir unsterblich. Leider aber verhalten sich einige Menschen so, als hätten sie noch weitere Leben. Was Kinder betrifft, so kann man sie behutsam und ohne ihnen Angst zu machen, auch an das Thema Tod und Sterben heranführen. Viele Eltern werden oft mit der Kinderfrage konfrontiert, wer kümmert sich um mich, wenn du stirbst? Solche Fragen kommen auf jeden Fall von unseren Kindern, denn zwischen dem vierten und fünften Lebensjahr erleben Kinder, außer dass sie Todesfall bereits erlebt haben, entwicklungsbedingte Ängste und wie gesagt, zwischen dem vierten und fünften Lebensjahr haben Kinder oft Todesängste. Dann kommen oft Fragen über den Tod und spezielle Fragen, wer kümmert sich um mich, wenn du stirbst? Oder wenn du stirbst, Mama, sterbe ich auch? Oder ich möchte auch sterben, wenn ihr sterbt, weil ich will hier nicht alleine bleiben. Also die Fragen oder die Aussagen kommen auf jeden Fall. Nur müssen wir als Erwachsene wissen, wie wir darauf reagieren und wie wir damit umgehen. Und zwar richtig umgehen. Manche Eltern antworten aber ganz überrascht, aber wir sterben doch nicht. Oder sie versuchen, die Frage zu übergehen, zu ignorieren. Sie nehmen diese Frage der Kinder nicht ernst und möchten auf diese Fragen nicht genauer eingehen. Und das ist für das Kind nicht unbedingt hilfreich. Solche Fragen sind eine wunderbare Chance, mit den Kindern ins Gespräch, auch zu diesem schwierigen Thema zu kommen. Wie beantworten wir denn richtig solche Fragen? Was wir auf jeden Fall vermeiden sollten, sind wie gesagt solche Aussagen wie das verstehst du doch nicht oder dafür bist du noch zu klein. Diese Sätze, die verunsichern unsere Kinder. Und die Verunsicherungen führen zu Ängsten und falschen Vorstellungen. Denn Kinder fantasieren ja gerne und haben ganz viele Fantasien und Bilder in ihren Köpfen. Und wenn wir die Frage ignorieren oder mit solchen Aussagen beantworten, dann könnten sich bei Kindern auch Ängste entwickeln. Wenn wir über das Thema Tod reden oder den Kindern was erklären, sollten wir ganz klare, eindeutige, unverständliche Worte für Kinder nutzen. Die Aussage wie Oma ist friedlich eingeschlafen ist keine gute und geeignete Formulierung. So könnten bei Kindern Ängste vor dem eigenen Einschlafen entstehen. Und so werden Kinder auch warten, wann die Oma endlich wieder aufwacht und wieder zu uns kommt. Erklärt deutlich und kindgerecht den Unterschied zwischen Schlafen und Tod sein. Ebenso solche Aussagen wie Gott hat Opa so lieb gehabt, dass er ihn jetzt zu sich geholt hat. Bei solchen Aussagen entstehen bei den Kindern ebenso Ängste, weil sie sich eigentlich von den Eltern nicht verabschieden wollen und denken dann, wenn Gott mich genauso lieb hat wie Opa, kann er mich jederzeit auch zu sich holen. Aber ich möchte das doch nicht. Ich möchte bei meinen Eltern bleiben. Und so entstehen aus unseren Aussagen, die wir total harmlos sehen, Ängste. Versucht innerhalb der Familie eine einheitliche Erklärung für die Kinder zu finden. Es verunsichert sehr die Kinder, wenn jeder etwas anderes erzählt. Zum Beispiel, Opa ist auf dem Friedhof oder der andere sagt, Opa ist im Himmel. Ja, wo ist denn dann der Opa? Es hilft den Kindern wirklich sehr, wenn wir ihnen erklären, zum Beispiel, dass der Körper die Hülle im Sarg auf dem Friedhof liegt und die Seele an einem anderen Ort ist. Und dann können wir mit unseren Kindern gemeinsam fantasieren, wie dieser Ort, wo die Seele ist, sich befindet und wie dieser Ort ausschaut. Und da können wir unsere Kinder wirklich, und da können wir unsere Kinder wirklich fantasieren lassen. Die Kinder entwickeln wirklich ganz tolle Vorstellungen, da wo Opa gerade ist oder seine Seele ist, da gibt es ganz viel Schokolade und Bonbons und so weiter. Sie erschaffen diesen Ort in ihrer Fantasie, beschmücken diesen Ort, machen diesen Ort nett und sind dann irgendwann beruhigt, dass dem Opa oder Oma oder egal welcher verstorbenen Person dort wirklich, wirklich gut geht. Und wir sollten wirklich mit unseren Kindern in Gespräch gehen und sie fragen und nicht direkt irgendeine Lösung vorgeben. Damit Kinder ihre Trauer verarbeiten können, ist es wichtig, wie gesagt, dass wir mit Kindern in Gespräch gehen. Hier helfen auch ganz viele tolle Bücher, die dieses Thema thematisieren, die wir gemeinsam mit unseren Kindern lesen oder ihnen vorlesen können. Durch solche Bücher können wir viel leichter ins Gespräch mit unseren Kindern gehen. Außerdem sind auch Rituale wichtig, zum Beispiel, dass wir solche Rituale einführen, wie, okay, Oma ist verstorben, aber heute kochen wir das Lieblingsessen von der Oma oder wir gehen täglich gemeinsam zum Friedhof und zünden eine Kerze an und so weiter. Die Rituale könnt ihr euch wirklich ausdenken und die helfen wirklich dem Kind diese Trauer zu verarbeiten. Kinder möchten immer bei ihren Eltern bleiben und sie entwickeln große Ängste, Todesängste, was teilweise entwicklungsbedingt ist, aber auch, wenn Kinder Trauer schon bereits erlebt haben, dass Mama und Papa irgendwann sterben und dann stellen sie die Fragen, Mama, wenn du stirbst oder wenn ihr sterbt, kann ich bitte mitsterben, ich möchte hier nicht bleiben oder wenn ihr sterbt, was mache ich, wer kümmert sich um mich und so weiter. Und hier ist es auch sehr wichtig, ins Gespräch mit dem Kind zu gehen und zu sagen, dass wirklich alles auf dieser Erde irgendwann sterben wird. Es sterben Tiere, es sterben Menschen, es sterben Pflanzen und so weiter. Wir sind alle sterblich, aber dafür entsteht jede Sekunde ein neues Leben und sowohl wir Eltern als auch du, mein Kind, wirst irgendwann sterben, aber bis dahin haben wir noch so ein wundervolles und so langes Leben gemeinsam. Es gibt eine Methode zu Hilfe das lebendem Kind oder langes lebendem Kind zu visualisieren und zwar man zeichnet so eine XY-Achse, auf die Y-Achse kommen die Personen, zum Beispiel Mama, Kind, Papa, Opa, Oma, je nachdem und auf die X-Achse kommen Jahre und man nimmt es von 0 bis zum zum Beispiel 83 Jahre glaube ich, ist momentane durchschnittliche Lebenserwartung und wir zeichnen dann, wie viele Jahre jeder einzelne von uns schon auf dieser Erde lebt, zum Beispiel das Kind 5 Jahre, Mama 30, Papa 40, Oma 60, Opa 65 und so weiter und wenn wir dem Kind das visualisieren, sieht das Kind wirklich auf einem Blatt Papier, was für ein langes Leben das Kind selbst zu leben hat und gemeinsam mit den Eltern. Natürlich wissen wir alle nicht, wie lange wir leben und hier ist halt die Frage, sollte man dem Kind das auch mit erklären, dass wir auch unerwartet sterben können an Krankheiten, Unfällen und so weiter. Es ist wie gesagt jedem selbst überlassen, aber diese Methode eignet sich sehr, um dem Kind diese Angst zu nehmen, dass wir als Eltern bald sterben haben und aufzuzeigen, schau mal, wir leben erstmal so ein tolles langes Leben gemeinsam. Und wie gesagt, meine Lieben, am aller aller wichtigsten ist es, dass wir zu unseren Kindern aufrichtig sind. Kinder spüren sehr genau, wenn wir ihnen etwas verheimlichen oder ihnen nicht die Wahrheit sagen. Und es ist besser ehrlich zuzugeben, dass man selbst keine Erklärung für den Tod oder keine Antwort auf irgendwelche Fragen hat, als die Fragen zu ignorieren oder mit solchen Aussagen, du wirst es eh nicht verstehen, du bist noch zu klein, zu beantworten. Und vergisst nicht, unser Verhalten prägt unsere Kinder. Und wenn wir selbst ein schwieriges Verhältnis zum Tod und Sterben haben, wird sich das sehr deutlich auf unsere Kinder übertragen. Das heißt, wir müssen selbst als Eltern uns mit dieser Frage beschäftigen, uns mit dem Thema auseinandersetzen, egal wie schwierig uns das fällt, egal wie unangenehm eventuell wir dieses Thema finden, denn an unserem Beispiel, wie wir mit diesem Thema Tod und Sterben umgehen, nehmen Kinder Beispiel und lernen auch von uns mit diesem Thema umzugehen. Aus diesem Grund, meine Lieben, spreche ich euch Mut, ihr schafft das und das Wichtigste, geht mit euren Kindern ins Gespräch und erklärt ihnen alles ehrlich und hingerecht und bitte, bitte tabuisiert dieses Thema nicht, das ist ein ganz normales Thema, das ist unser Leben, das Leben ist Geburt und Tod und das sollten wir endlich auch bei Kindern als normal empfinden und sie auf diese Reise auch mitnehmen. So, das war nicht einfaches, aber sehr wichtiges Thema, meine Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps, ein paar Inspirationen geben, wie ihr mit diesem Thema selbst umgeht und vor allem mit euren Kindern über dieses Thema in der Zukunft sprecht. So, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für euer Zuhören, für Dasein, danke, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt und mir zugehört habt. Das war die 19. Podcast Folge, ich bedanke mich sehr sehr herzlich bei euch. Falls euch die Podcast Folge und mein Podcast gefallen hat, abonniert diesen, bewertet mein Podcast bei iTunes und wir hören uns nächste Woche. Hier war eure Ada